Also Walter Kogler, ich glaube wir können auf eine sportliche Entscheidung hoffen, denn es wird Übergangslösungen geben im Ausmaß von bis zu drei Jahren. Ist wohl auch gut so, dass der Sport dann entscheidet. Ja, ich denke grundsätzlich soll immer der Sport entscheiden, aber es ist auch wichtig, dass dann die Infrastruktur in einem gewissen Zeitrahmen auch passt. Es hat keinen Sinn, jetzt man sagt, man will in der höchsten Spielklasse spielen, aber das Stadion ist absolut nicht bundesliga-tauglich. Das Wichtigste ist die sportliche Qualifikation, aber nie außer Acht lassen, dass man eine gewisse Infrastruktur braucht. Ich glaube, das ist auch für den Fußball allgemein ganz, ganz wichtig.